Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. Wir sind noch bei Trader Gen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wieder einzukaufen gab es nicht. Ein bisschen Munition. Und ich denke gerade... Oh, da muss man ein bisschen neuer passieren. Na, die noch. Wir haben noch zwei Pünktchen, denn die wollten wir doch irgendwie in sowas hier reinstecken, damit wir hier weiterkommen. Ich würde sagen, dann machen wir das mal hier. So. Jetzt sind wir klug. Und bald sind wir geistreich. Aber jetzt können wir hier ein bisschen weiter. Das ist mir schon ganz wichtig. Ja, was machen wir? 18.20 Uhr. Wir können jetzt zurück zur Basisfahnd ein bisschen rumklöppeln. Das wollte ich aber in der Nacht machen. Was willst du denn? Na? Schauen wir uns in Ruhe. Wir machen... Ich habe jetzt Bock auf ein bisschen Action. Wir haben es beim letzten Mal... Geht das hier wieder nicht? Wegen dem blöden Händlerbereich. Ich... Ähm... Das weiß ich auch. Letzt Mal war ja ein bisschen Action, ne? Mit den beiden Schreierhorden. War ja... War ja ganz nice. Darum habe ich jetzt irgendwie Lust auf noch eine Action. Hier... Na, da habe ich schon über... Lass mal auf, wenn ich mal eben das hier mit. Jo, machen wir hier. Ich wollte hier auch gerne noch eben das mitnehmen. In Weiß. Was haben wir da? Hier, die Kartoffeln. Das ist schon mal sehr gut. Und Heidelbeeren. Lecker. So, dann können wir gleich Kartoffelsaat machen. Da. Oder auch nicht. Weil wir da noch einen Punkt reinstecken müssen. Na ja, gut. Okay. Dann andermal. Kann aber eh... Platz schaffen. So. Dann machen wir nicht. Oh, interessant hier. Jo, sagen wir doch mal moin. So, einfach nach drinnen. Blattschoß. Nur so ein Duster hier. Ups. Käffchen. Käffchen. Ich bin die Tasse hier nicht so richtig. Ja, doch. Geht. Los. Los. Hey, moin. Moin. Oh, Gott. Mann, der spinnt ja wohl. Oh, das habt ihr ja nicht. Der hat mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken, wollte ich sagen. Meine Güte. Eine linke Bazille. Kennen Sie den Bauplan? Ja, Orga wären wir lieber gewesen. Aber okay, nicht den Warmecker. Ach, Bärenhunger, haben wir auch schon ein Stück vorn. Oh. Natürliche Kombo. Schnellt noch einander folgende Treffer mit Speeren. Äh, Speeren. Okay. Und Bauplan, Grundlagen der Elektronik. Lernen durch das Lesen dieser Baupläne, wie immer. Elektrogeneratoren, Deckenlichter und Verschaltung empfällig. Oh, nice. Brauchen wir da keinen Punkt mehr reinstecken? Mann, hat der mich erschreckt. Kanada, Kanada. Das ist ja auch ein Link. Er ist hier irgendwie drin ganz offen. Nei. da geht es in die garage alles klar machen wir nachher da geht es in den keller das passt noch was zu legen kann auch weg obwohl wir können die zweite herstelle gewohnt ist auch schnell hergestellt das wäre nicht das problem was hier los ich bin hier beschäftigt so jetzt kommen wir erst mal muss doch noch irgendwo hier nach oben gehen rechalt Wo ist das denn? Wo ist das denn raus? Ich wollte gerade sagen. Das habe ich schon auch nicht. Hier haben wir Buchregale hier, das gefällt mir. Da werden wir auch schon vieles kennen, aber... Was hoppelt der denn noch an hier? Im Stuhl. Oh, das war ein bisschen was. Glaubst du aber nicht, dass Verlaufen ist? Nein. Okay. Und. So. Lautstärke runtergedreht. Wie geht die von mir, dass das so leise ist, ja? So. 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 Ähm. Okay. Irgendwie muss es noch nach oben gehen, glaube ich. Oh. Oh. So. 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 nach oben. So. 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 Double Shot. Das war's oder was? Wieso scheint die Lampe dahin? Da war bestimmt irgendwas drin. Wo komm ich denn hier durch? Aha, guck. So, hier muss da auch was sein. So, wieder einer. Vierer Erdboacher. Geil. Okay, wir müssen mal eben kurz umpacken. Einsammeln, so. Flasche Plastik, das lassen wir mal. Keller müssen wir auch noch, ne? Oh, jetzt ziehe ich Vorräte. Sehr gut. So, jetzt haben wir natürlich wieder keinen Platz. Was machen wir jetzt? Den können wir zerlegen. Bringt aber keinen Platz, weil elektrische Teile haben wir noch gar nicht. Da noch einen. Okay, dann bringt das was. Können wir auch zerlegen. Den können wir eigentlich auch zerlegen. Er bringt nicht viel und die Teile können wir eventuell gebrauchen. Machen wir so. Okay, ich bin natürlich auch kein Plan. Komm ja, weg damit. Da. Pirae. Oh, das ist cool. Dann können wir den Einer auch zerlegen. Es gibt entsprechend Werkzeichteile dafür. Kompound-Bogen haben wir, glaube ich, auch einen besseren, ne? Komm, wir haben auch von dick an. So, jetzt haben wir noch einen Keller. Dann bringen wir den Spaß zurück ins Moped. Wenn ich hier den wieder rausfinde. Oh, ist aber gleich zehn. Ähm. Oh, essen können wir was. So. Garage und Keller müssen wir noch. Nicht so eilig, junger Mann. Oh, hier geht's ja noch richtig weiter. Richtig, das ist gut Loot hier in der Hütte, ne? Kann man nicht meckern. Also viele Lootboxen auch. Wenn ihr Kochtür versucht, müsst ihr auch immer mal oben auf den Küchen gucken. Verstehen auch immer mal welche. Die Dinger sind ja am Anfang noch ein Mangelware. Gerne mal. Das klingt nicht gut. Das war grad geil, das getapselt, ne? Da, 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 da. Das sind ne Horde, ne? 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 Das, glaub ich, zu wenig. Da. Einer nur. Aber ne große Klappe. Hä? Was? Wie? Also ihm würd ich jetzt hier anders, wenn hier 100 Stück sind. Was macht der da denn? Dankeschön. Äh. Hier geht's auch rein. Oh. Na klar, die Tür wollte ich gar nicht schenken. Achso, nee, alles klar. Ich dachte, dann geht's da noch irgendwie weiter. Dann sind wir hier ja auch schon klar. Oh, gut. Ich dachte, hinter der Tür geht's noch weiter. Dabei geht es da nach draußen. Moment, was war das hier? Ja. Ah, da geht's bestimmt nach draußen. Ja. Na weg. Oh! Wo kommt er denn her? Yeah! Ich denke, Pazile. Zu fassen. Da geht's mit der Garage ab. Hier ist doch bestimmt auch noch was los. Nicht? Da kommt ja immer gerne mal welche von oben. Pfeilen, genau. Ja, wenn man zu lange wartet. Mit dem Schlagen, ähm, passiert das eben so. Da nehmen wir auch den Beton mit. Ne Schatzkarte. Ja, das ist voll hier, verdammt. Da kommen die können weg. Die nehmen wir mal mit. Und... Und eine Zweier Kettensäge. Ah, da oben verstecken sie sich. Wahnsinn. Ne, das sind die Spawn-Punkte, die Sleeper-Punkte, wo die spawnen, wenn man das Haus betritt. Und sobald man da in die Nähe kommt, kommen sie dann da runter. Ja, ich denke mal, dann können wir den noch immer auseinander nehmen, ne. Platztechnisch. Hm. Kommt der weg. Die können wir besser behalten. Trinken wir noch was. Essen haben wir nix. Ne. Noch ist Platz. Da geht's los. Einlegen. Komm, den Coar auszulegen. Coar auszulegen. So. Jut. Ja, haben wir's. Autsch. Stocke düster. Ah. Wo ist voll? Oh, hier ist ja noch was. Guck an. Aber bevor ich da reinguck... Erstmal Platz schaffen. Erstmal Platz schaffen. Ach, die haben wir schon. Okay. Witzig. Bauplan fortsch... 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 Ja, dann warten wir natürlich jetzt nicht ab, bis die Händlerin wieder aufmacht. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Wird jetzt wieder ein bisschen dunkel, aber das ist halt so nachts. Und die Nacht über räume ich dann ein bisschen auf. Mit den ganzen Kisten und so. Weil das ist ja nun wirklich nicht besonders aufregend. Ähm, da. Da packen wir jetzt noch mal hier alles rein. Händler, 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 Händler. Ja. Ja, kennen Sie, oder? Sie ist gar nicht. Das kommt zum Händler. Das, das, das. Das, 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 das. Andere müssen wir mal gucken. Dann pack ich erstmal hier rein. So. Die Nacht tanken müssen wir noch. Oh. Das ist voll. Ja, komm, jetzt räumen wir also in Ruhe auf. Moment, das kann verkauft werden. Das gehört so gesehen auch zum Händler. Das kann verkauft werden. Das kann verkauft werden. Ja. Der ward. Achso, das war die Leiter. Genau. Okay. Na guck, die. Denker, wo sind die Kisten geblieben? Meine Güte. Scheine Ges articulated unddirekte. Hier natürlich. Na? Und dann kann das hier schön beschriftet werden. Aber das mach ich dann zwischen den Folgen in der Nacht hier, würde ich sagen. Vorschlagen. Und, ja. Dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder, Tag 48. Näh, Tag 47 schon. Und bis dahin, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.